Die Menschen in London der DDR erfahren aus dem Radio und durch Mundpropaganda von den Ereignissen in der DDR. Ich bin ständig abdullet, mein Mauer-Radio-Gerät erklärt mir mit seinen Sechs-Sendern, wie sich die Dinge auf der Welt verändern. Mit jedem Sinn halt von Aktion, kann mich mit frischen, kühlen News belohnen. Mein Wissenskost ist ungemein, noch viel mehr ein Fluss, passen in mich rein. Seit ein paar Tagen merk ich, ich will noch viel mehr, deshalb muss ein neues Radio her. Täglich 14 neue Sinne sind mein Ziel, das ist für einen News-Junkie nicht viel. Es ist 15 Minuten nach 11, die Spitze des Fluges hat die Sektorengrenze an der Schuss-D-Straße erreicht. Mit jedem Sonderinformationen, kann mich mit frischen, kühlen News belohnen. Mein Wissenskost ist ungemein, noch viel mehr ein Fluss, passen in mich rein. Seit ein paar Tagen merk ich, ich will noch viel mehr, deshalb muss ein neues Radio her. Täglich 14 neue Sinne sind mein Ziel, das ist für einen News-Junkie nicht viel. Ausfrainden Ausfraiben Ausfraben Ausfraamen Ausfrauben Ausfraben Musik 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 Die Menschen in London der DDR erfahren aus dem Radio und durch Mundpropaganda von den Ereignissen in der Welt. Musik 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 Musik